Jo, herzlich willkommen zurück hier bei ME3, Dessertlone und Dessertlone. Moin. Ich schwirr mir wird schon schlecht. Da geht's doch. Hallo, wie wird schon schlecht. Das sieht schon nicht lecker aus. Das riecht schon noch durch voll. Alter, ich schwirr mir jetzt gar so schwirrlich und schlecht. Komm mal. Ich kotz gar nicht. Aber nicht bei mir, nicht auf meinen Fuß, ja? Ähhhhh. Du, du, Papa, wo steht denn das mal für? Wollt ihr mal die Verständnis? Boah, was geht ihr gleich sehen? Warum geht ihr hier raus, ihr Pippe, ey? Hallo. Was? Wollt ihr gleich mal die verschimmelte Gurke sehen? Nein. Lass mal. Die war so richtig grün, weiß und haarig. Der Gurke hat gelebt. Und du hast ihn gegessen. Nee, die hab ich nicht gegessen. Nur diesen ekelhaftesten... Boah. Das hat einen Monat abgelaufenen Kräuterbutter, ey. Ähhhhh. Ähhhhh. Da geh ich garantiert scheißenacken, Alter. Ich kack alles raus. Ich drück, Alter, bis mir die Gedärme rausfallen. Da kannst du nicht mehr zocken. Ich kann alles. Der stellt sein Fernsehen, der stellt sein Fernsehen in den Bart und dafür tut er noch eine abdrücken und zockt er gleich dazu. Ja, und ZZ hat er auch noch an, damit jeder mitbekommt. Hallo. Gleich eins aufs Maul. Gleich ist gleich. Esse Kinderpumpe, du ekelhafte Sau, Alter. Aaaaaaah. Ey, du kannst von mir auf einmal so eine Kräuterbutter, die seit einem Monat abgelaufen ist, essen. Aaaaaaah. Ey. Ihr seid, ihr seid ein 6er Party, oder? Ja. Ja. Nein, sind wir nicht. Okay, gut nur. Wir sind noch fünf. Ja. Dann quittet, lieber. Lois, quittet, lieber. Was? Quittet doch bitte, lieber. Ich schwöre, wir rassieren euch. Nein, tust du nicht. Da wette ich. Da wette ich mit dir dazu, lass ich. Er heißt Kevin. Ich drücke euch jetzt ab. Spricht ein Kevin zu uns. Ja. Er heißt Kevin. Ich war jetzt, sprich ein Kevin zu uns, er zieht uns. Er hieß Kevin. Los, Alter. Ich drücke euch jetzt ein DNA. Ja, der YouTuber, der kennt es ja. Gibt's hier auch. Was macht der mit DNA? Was machst du? Ich drücke euch nicht hier in DNA, man. Junge, das ne Moabalter. DNA, at one, at one, at one, at one. Nein, ich kann nicht mehr schicken. Ja, dann hör doch auf, dein verfickten Gott, at one. Ha, auf. Ha, auf. Ha, auf. Ha, ha, ha. 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 Dann hab bei deiner Mutter, Paar oder Bruder. Vielleicht auch bei deiner Oma. Aber ich spiel das mal. Ja. Steckst auch Finger in fremde Ärsche rein und lutscht dran, oder? Ne. Oh, jetzt wird's blöd dafür. Jetzt wird's, jetzt wird's abartig hier. Was ist denn hier los? Halt, schnappst du, Kind. Ey, Kinderpropel. Ey, ich komm mir rein und schlöss nicht für euch. Ey, die fressen, Kind, Mann. Unterhalb, was da zerrot, Mann. Na, na. Ey, diggers, diggers. Sag mir gleich, ob's hängt, ja? Ja, weil ich starte. Sag mir noch nicht. Aber wenn's hängt und der macht kurz Mut an, dann mach ich auch an. Und hängt? Hängt es? Äh, es wird noch gewartet. Wenn die Zeit wieder läuft, ne? Jetzt hängt's. Okay, gut. Oh. Nigga, bitch! Na, ihr Popefresser. Äh, ist der Lukas wieder unsichtbar, ne? Äh, äh, jetzt. Setzecke. Hey, du Muschi. Ey, guck doch, was ist. Nö. Ich muss Patrick beschützen, äh, Christian beschützen. Einer plantet bei B. Ey, wisst ihr, was nicht cool ist? Ich kann jetzt immer schützen, ne? Die Bombe wurde platziert! Nee. Die Bombe wurde platziert! Die Bombe wurde platziert! Ja, komm, platzier mal. Ey, cool. Ey, cool. Ey, cool. Ey, cool. So, jetzt geht einfach weg, Mann, weil jetzt kann ja einfach keiner platzieren. Ja, wie ein Bierwichter. Oh, Junge, das kann! Pfff. 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 Wah. Pfff. 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 Ach, wir müssen schützen, Alter, seid ihr das doch mal, ey. Boah, ich steh die ganze Zeit hier wie so ein Behnerter bei der Bombe rum. Lass ihn mal. Pfff. 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 Pass auf, da oben ist er, ne? Äh, hä? Da war da jetzt mal keiner, ich hab doch randlich dahin geguckt, oder? Oh, der ist ungespart. Ja, ich auch, aber er wird nicht passieren, ne? Digga, den müsst ihr entschärfen, ne? Ich kann das nicht. Wie sollen wir denn entschärfen, dass der andere auch ungespart ist? Der steht dir nicht mal. Der steht dir da nicht. Der steht da. Er wird grad gefehlt. Oh, das war weg, das ist manchmal zum Kotzen, dass jemand unsichtbar machen soll, will. Scheiße, nehm ich mir. Mach! Nein, ich hat's fast geschafft, ich hat's fast geschafft! Aber jedes Mal müssen die anderen immer unsichtbar sein, das ist so richtig bescheuert, ey! Opferhalter, was kannst du eigentlich, ne? Musst du anmachen, oder? Ja. Spiel doch's normal, du Hurensohn! Ja. Wichtiger Kinderfick, der kann einfach gar nicht ohne Gott machen. Boah, das kann ich überhaupt nicht leiten, ey! Da ist so eine Scheiße, ey, echt! Alles klar! Spreikommando! Da krieg ich was an mich! Wir gehen erstmal zu! Wieso? Hä? Geil! Hat er doch! Was gibt's denn noch so gutes, eigentlich? Ja, okay, capture the flag! Find ich gut! Ja, macht mal Spaß, ja! Außer das mit diesem Warten, den man... Ja, mach! Ich will nachher nochmal suchen, äh, normal, äh, gegen Deathmatch! Guck mal, alle Prostiged sind! Attends, mor, Fahy, je meck' le même Proto! Ja, sind doch wohl alles Hacker, kann ich jetzt sagen, als Hacker? Hacker, 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 alles Hacker! Du fäng' mir dans' ein Witz, ey! Jo, Alter, mein Handy ist... Mein Handy ist seit 7 Stunden nicht mehr am Akkukabel, und ich hab noch immer 28 Prozent. Äh, 78 Prozent. Grad waren's 28. Ja, ich hab' mich versprochen. Hey, du hast 78 Prozent? Durch den Screenshot-Schick. Nö. Mach dein Headset an! Dankeschön, dass ich... Ich hab' grad mal kurz mein, äh, Headset abgestellt, das ich geniessen habe. Aber trotzdem... So und danke. Witte. Witte, bitte, bitte, bitte. Scheutz, Fußmäftigkeit, Volkswagen. Scheutz, Fußballklubkopf. Tozzi. Fast Fußmäftigkeit, Volkswagen. um nur nur so schnell Prozent die Stadt auch keiner oder dass sie das noch auf den Dingen hat und so wird er nachgeschrieben das wird es dann wenn du schon Prozent schädlich dann hat sich der Tolland Sack Also einer, zwei bleiben hier Ich bleib hier, ich bleib hier Wer bleibt hier? Ich kann den, ich bleib hier Da sind jetzt vier, die da bleiben Guck, dass ich die Ferse träge Ja, die Seite wird es Lauf, 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 lauf Ich hätte ihn drückt Das sind einfach nur drei Leute Die voll die Lappen sind Ich laufe trotzdem Oh, Alter, da war auf einmal einer Gott sei Dank Hat Lukas euch einen Punkt gebracht Die Gas Ja, den Lukas du mir schalten, ja Der lacht wieder als letztes, hat überhaupt keine Ahnung, wieso wir lachen, weiße Kommt einfach mit Lachen an, schalte drauf über Lachen, die interessiert Wir lachen einfach, das liegt einfach in der Luft Oh Gott, die Luft geht durch Oh Gott, einer hat, einer die Flagge Ja, Christoph, schuldigung Okay, der lauf einfach, oh ha Doch, doch nicht Oh, heilig ist dann, lauf Ach, scheiße, schaust du guckst davor Was vielleicht stinkt nach Kacke, das ist so cool Halte mal auf Das ist so cool, das ist so cool, wenn der Wetter nach Kacke stinkt like my Ole 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 oh Komm rein Shit, einer hat es bleibt! Alter, haut doch nicht ab, ey! Shit, häpen! Das ist wo die Flacke ist Guck mal, das klappt, nur wenn Lukas das macht, ne? Ne Alter, huu! Dank wem haben wir wieder diesen Punkt? Dank mir, also. Dank mir, weil ich die Flake zurückgeholt habe. Ja, ich habe aber die Flake hingebracht. Das ist auch deine Arbeit. Ich habe gar nichts gemacht. Wegen mir, doch schwul. Das ist deine Arbeit, Lukas. Du sollst die Drecksarbeit machen. Lukas, spürst du die Kräuterbutter immer noch in deinem Magen? Oder als. Oh, sei ruhig, ne. Ich bin auf dem Weg, ich bin gleich da. Oh, Granate. Oh, komm. Scheiße. Warte. Oh, alter. Komm. Ah. Opfer. Oh, Mann. Alter, das hat sehr einen Geilen. Ich bin ja auch. Achtung, hier ist einer. Ich habe gerade ein Emblem gesehen, das habe ich gerade noch nicht. Ja, du. 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 Und dank Lukas haben wir wieder gewonnen. Also, warte, warte. Lukas ist der Beste. Oh, klar doch. Was war da denn? Undwinn. Oh, scheiß Zwei. Wiederherstellungszeuge. Ääh. Wie schlecht waren die, Alter. Mega. Sehr schön gemacht. Vielleicht noch mehr rum. Heiße gemacht. Lukas, jetzt übertreibe es nicht. Hey, Mann. Wie schön. Oh, wer schnauft denn so in den... Ja, wer wohl? Der heißt Wesley. Hä? Gar nicht. Hä? Das ist Lukas, Alter. Alter, bläst du gerade deine Gummipuppe auf, oder was? Alter. Alter, bläst du gerade deine Gummipuppe auf, oder was? Hallo? Alter. Das ist gerade unnormal. Bei dir? Ja. Ha, 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 ha. Bei mir auch nicht. Warte, ich mach nur kurz ein Bild. Bei mir scheint Sonne. Bei mir auch Arsch. Und in Bielefeld? Wenn ja, bist du ein Opfer. Nein. Wo wir uns dann. Das ist jetzt ein. Ah, ha, 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 ha. Ja, ihr alle mit Hezweiter seid denn da. Ah Mann, die könnt ihr euch ja schön auf... Nee, ey. Danke. Ja, Pech, ne? Ja, das ist ehrlich Pech. Ich hab'n Clan. Oh. Ja, Lukas, du musst dich ein bisschen mal zusammenreißen, ja. Ja, Mann. Wo? Wo musst du uns zusammenreißen? Ja, sonst stell' ich... Sonst stell' ich diese Video nicht hoch. Ich steh' wieder punkten. Boah, ich hab' grad voll ekelhaft gefurzt, Mann. Ah, ha. Das wollt' ja... Das wollt' keiner wissen von uns. Ja, sorry, okay. Ich... Ich stumm' nicht einfach und... Ich spiel' einfach meine Dinge. Ich halte es einfach für immer und ewig, meine Mund. Ab jetzt. Ach, einer sitzt im Berg. Hört ihr diese Stille? Geil. Ja, die Stille ist irgendwie gut. Ja, die Stille ist irgendwie gut. Wie was ist denn die Stille ginge geißt? Oh ok, das ist irgendwie gut wie ich даже. Na ja, lä STEPHAN nada! Ah, also wir jetzt sind die Stille. Das ist wirklich gut. wir leider, ähm, kommt einfach eine Runde suchen und Equation spielen. ist doch fast das gleiche ach so ja einfach so entschuldigung klammer machen ich hab vorräte und luftschlag ne alles klar das explodiert bei ihm und es stirbt nicht praktik laufen mitten durch mit der mitte hochwertig ist einer bei uns und ein blut von einem der nähe von der flotte ein hab ich ne komm komm was hat er gemacht hat ja aber hallo ich kann kommen über den alt ging ich bin nicht einfach gerade und durch und durch los Lukas kenn dir lauf vorwärts lauf alles klar auch vor Ort vor dem Ding so alt das war lustig Alter übertreibt wir haben den letzten Kill gehabt wir haben gewonnen ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt ich will ja sagen dass er so schlecht ist wenn er lange nicht mehr gespielt hat wenn er gespielt hat schon 5 Jahre der Kontrolle, jetzt ist er kaputt jetzt ist der Kluppel abgericht und ich habe viel Kontrolle mehr was ist denn bei dir los hier? was denn? 1, 4 nur ich bin heute mal nicht für äh umbringen mann bei uns ist jemand bei der Flagge ne? oder war? ich bin da scheiße ach es kommt jemand hab ich ok ich bleib bei unserer Flagge ne? ach da ist kommt noch einer nein 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 oh fuck er hat auf der Harz gehoben ja so ja war unser Flagge 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 hau ja bei uns hab ich gut bin auf dem Weg noch einer Vorsicht! Komm zu ihm! Hör doch was! Was? Scheiße! Goll! Lappen, Alter! Richtiger Knell! Fuck! Was ist der? Boah! Scheiße, Leute! Das geht schon! Das schaffen wir! Das schaffen wir sowieso! Ja, aber das kann man nicht so einfach... Ja, genau! Boah! Okay, nicht aufregen! Du kannst einfach wieder Fresse halten! Ich geh ja jedem mal zu Sack! Oh! Warte! Nein, nein! Das hat da Rabi zu tun! Aber du bist manchmal echt beleidigend! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Wo war der? Das ist manchmal echt beleidigend! Das ist das! Wer denn? Der Lukas! Danke, dass du es endlich mal sagst! Und ich denk mal, im echten Leben ist er auch aggressiv, oder? Der ist genauso, ja! Keine Ahnung! Bei uns aufs Sack! Der Lukas ist ein korrekter Mensch, muss ich wirklich sagen! Aber manchmal ist sein Benehmen ein bisschen aggressiv! Achtung, einer nimmt sich gleich die Flagge bei uns! Fallfloppig gelaufen! Das schaffst du, Lukas! Sehr schön! Sehr schön! Barm Junge! Oh, komm, ey! Du bist eigentlich schon gut wie tot, ey! Du bist trotzdem nicht, ey! Wie es überlebt mit Granaten, also Raketen, ey! Kein Mensch wird sowas überleben! Oh, Christian, hast du was Schönes! Ja! Achtung, hinten wieder! Da nimmt sich gar nicht einheitlich Sack! Ja! Da nimmt sich gar nicht einheitlich Sack! Ja! Das Spiel hat jetzt aber... Und ich hab nur mit 2er gespielt, meine Freunde! Ja! Ich hab mit 2er gespielt! Respekt, Junge! Oh, man! Ich hab erst gesagt, Mulky geholt, weil ich 400 Punkte hatte! Ey, kann ich in eure Clan vielleicht auch kommen? Ich bin dann mal heute offline! Ja, okay! Dann gehen wir mal zurück! Gehen wir zurück! Hattest du wer? Der eine will in den Clan! Ja, deswegen geh mal kurz raus! Wenn ich darf! Müsst ihr ja anscheiden! Deswegen geh mal zurück! Dann laden wir dich gleich ein! Weil dafür muss ich eine Folgenpause machen! Und wie ist das? So, lad den einen derjenigen! Der hackt irgendwas mit hart! Irgendwas noch bla bla bla! Oder? Warte! Ja, warte! Ich warte! Hab ihn, hab ihn! Hab ich! Ich hab ihn auch schon eingeladen! Aber hier sag ich mal! Hiermit beende ich jetzt die Folge, Mon! Modern Warfare 3! Dieser Clan! Ja! Wir haben jetzt eine gute Runde vor uns gehabt! Es will wahrscheinlich jemand zu uns reinkommen! Ob der es schafft oder nicht! Es liegt daran, ob der es schafft! Ja! Ich sag dir mal auf jeden Fall! Tschüss auf jeden Fall! Bis denne und tschau tschau! Tschüss auf jeden Fall! Tschüss auf jeden Fall! Tschüss auf jeden Fall! Tschüss! Oh varek- Schönein! Bis zum nächsten Mal. Reiß die Hütte ab. Ganz, ganz schnell. Ich will euch hören. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Ganz, ganz schnell. Gleich wird es hell. Ich dachte, als ich gestern in der Sonne relaxte. Oh yeah, so ein schönes Lied. Geht bei meinen Liedern. Leg ich jetzt mehr Wert auf die Texte. Oh yeah, so ein schönes Lied. Lied habe ich noch nie gehört. Everybody now! Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Bleiß die Hütte ab. 3 4 5 5 5 6 6 7 8 11 15 Heinz-Agellock Sous-titrage ST' 501 Untertitelung des ZDF, 2020